Hi Leute, willkommen zu einem neuen Let's Play von mir. Silent Hill Downpour, wie ihr seht. Ich habe das Spiel eigentlich schon länger, aber ich habe es noch nie gespielt. Und deswegen wird es mal wieder ein Live-Projekt. Nein, ich möchte jetzt kein Xbox Live. Das interessiert mich jetzt nicht. Ja, ja, wir spielen auf der Xbox. Und, wie ihr seht, noch nichts gespielt. Es gibt Optionen, Untertitel, ja, ja. Ich bin ja auch mal, ja. Ich mache es extra ein bisschen heller. Für euch. Damit ihr auch was sehen könnt. Jetzt haben wir wahrscheinlich auch noch nichts. Nee. Gut, dann fangen wir mal direkt an. Ich soll es eigentlich ein bisschen heller haben, damit ihr es auch seht. So, vielleicht. Schwierigkeitsgrad. Okay, dann machen wir einfach und normal. Ja, dann wird gespeichert. Und weil ich überhaupt nicht weiß, wie das Spiel ist, und ich eigentlich keinen Bock habe, tausendmal drauf zu gehen. Ja, wir werden sehen. Jetzt fängt es an. Hallo, Typ. Sieht irgendwie angepisst aus. Konami Digital Entertainment. Ein roter Fahrstuhl. RS273A. Okay, du bist offenbar im Gefängnis. Wie es aussieht. Okay, kann man heute eher zoomen. Okay. Ja, ja. Ich auch nicht. Ich lasse ihn da einfach rumlaufen. Ich könnte den Typen ja überhaupt nicht überfallen und die Waffe klauen und so. So, Sche. Da ist kein Geschenk. Okay. Willst du mir jetzt zusehen, oder was? Ich kann ja nur durch die Tür gehen. Ich weiß gar nicht, wie ich durch die Tür gehen muss. Das ist schon ziemlich scary. Ich bin... Hilft der Typ mir? Wir machen es richtig neblich. Er hat mir... Er hat mir ein Messer hinterlassen. Die duschen. Auch noch an. Warum hilft mir der Typ? Ich wollte das Messer haben. Ich wollte das Messer haben. Eigentlich wollte ich jetzt lieber das Messer haben. Was bist du für ein dicker Typ? Oh, du bist auch inhaftiert, da? Ach so. Wer bist du? Und warum hast der Typ dich so? Was willst du denn töten? Mit X. Das sah schmerzhaft aus. Okay, das Spiel ist ab 18 sogar, Leute. Also wenn ihr noch nicht 18 seid, hättet ihr niemals einschalten dürfen. Komm hier, Schweinchen. Das sieht irgendwie schmerzhaft aus. Okay. Ist er jetzt tot oder nur K.O. gegangen? Okay, er lebt offenbar noch, aber... Ja, tiefe Schnittwunden. Das ist nicht so lecker. Okay, da war er tot. Pendleton hab ich da. Pendleton hab ich da also. Oh, mich ist da Wasser auf dem Boden. Okay, den werden jetzt offenbar irgendwo weggebracht, Herr Pendleton Aber was hat der dicke Typ angestellt? Ich höre schon die anderen Typen, ich kann nicht zurückgehen, ich kann mich nur umdrehen. Okay, mal wieder dem Typen hinterherlaufen. Ich werde beobachtet. Ich tue euch schon nix, Leute. Auch wenn ich nicht weiß, warum ich im Knast sitze. Musst du nicht mit? Doch. Was willst du von mir? Okay, werde ich rausgelassen? Murphy heißt der Typ, Alter. Jaja, du bist auch mein Boy. Okay, offenbar werden wir jetzt rausgelassen, oder was? Wurde einfach nur weggebracht. Polizei Block B, da geht's zum Fahrstuhl. Hallo, können wir mal noch in die Kamera lächeln? Hehe. Warum hat der Polizist mir geholfen, den Dicken zu killen? Das verstehe ich nicht so ganz. Willis, hi Willis. Du musst nicht mit der Waffe auf mich ziehen, mein Freund. Okay, werde offenbar wirklich nur irgendwo anders hingebracht. Okay, es sind noch zwei weitere Typen mit mir. Also mit Murphy. Eine Frau. Wow, die sieht fies aus. Sehr fies, Sorge. Überall die Typen mit ihren Schrotflinten. Ich hab nichts von Einstein gesagt. Ja, die muss sich bestimmt ein paar doofe Sprüche anhören lassen. Was? Was war jetzt das? Was willst du von mir? Komisch. Warum sehen eigentlich die Gefangenenbusses aus wie Schulbusse einfach in schwarz? Warum fängt es jetzt plötzlich an zu regnen und... Aha. Ja, weil es Downpour heißt. Okay. Frage 1 geklärt. Frage 2. Überlasse ich euch. Frage 3. Frage 3. Wo gehen wir jetzt hin? Wahrscheinlich nirgendwo hin. Wir würden irgendwo im Wald ausgesetzt und kampen mit den Zombies und fressen uns. dann fressen uns die Monster und die Hunde. Und der Pyramid Head. Naja. Es gießt wie aus Kübeln. Warum sind es plötzlich mehr als drei Leute da? Musste ich das verstehen? Nein, wusste ich offenbar nicht. Gute Nacht. War das sein Sohn? War das sein Sohn? Woh, dann sprich mal vor. Jeanosat. Min. hole, wo? hoffe ichicação war schön. talked mit dem пал联ag. Ehh Fahrer du solltest... Ja super. Das war sehr gut. Also wenn du dich so schnell ablenken lässt, bist du wahrscheinlich das letzte Mal in einen Gefangentransport gefahren, mein Freund. Wobei, vielleicht lebst du jetzt gar nicht mehr. So hell. Was ist... Oh mein Kopf. Was war? Ist der Bus? Okay, offenbar wurde Murphy daraus geschleudert. Geht's dir gut? Ich hoffe es mal. Okay, jetzt kann ich Murphy steuern. Okay, ich muss da... Da gebuch. Okay, da zeigst du mir einfach alles an. Kann ich rennen? Ich kann schleichen. Wow. Scheiß Busse. Lebt ihr noch? Hallo? Ist da jemand? Hallo? Ist da wer? Einen Bus hauen? Ne, da ist wahrscheinlich niemand mehr. Okay, gehen wir da zurück zur Straße. Vielleicht ist da noch jemand. Das sieht irgendwie... Furchtbar aus. Noch in Bauwerkraft. Ja, ich würd auch sagen... Wow. Okay, dann nicht. Wo willst du dann lang? Kann ich hier? Ne, die Bäume sind zu dicht. Da komm ich nicht rüber. Okay, wo gehen wir dann lang? Murphy, wo willst du lang? Da drüben. Vielleicht. Nee, wahrscheinlich nicht. Hallo, Vögel. Wo kommt ihr denn hier? Willst du dich da durchzwängen? Ja, kannst du. Ich glaub mal, der hat's nicht überlebt. Jetzt kann ich... Leuchtturm spielen. Jetzt kann ich sie wieder nehmen. Okay. Okay. Kann ich sie ausmachen? Nee, ich kann sie nicht ausmachen. Aber immerhin haben wir jetzt eine Taschenlampe. Dann gehen wir mal wieder zurück. Aber ihr sagt, das sei nicht bei einem Unfall passiert. Das ist wirklich seltsam. Was ist hier? Komische Musik. Ein Boot. Das ist nur Wasser. Was ist das für ein Boot? War nichts Interessantes. Da geht's runter. Da will ich nicht hin. Okay, gehen wir halt hier hoch. Oh Gott sei Dank haben wir eine Taschenlampe. Ich weiß nicht, wo ich hingehe. Okay. Halte dich. Oh Gott. Oh, oh, oh. Vorsichtig, Murphy. Murphy? Murphy. Bitte. Nach links. Ja. Wie auch immer der Baum da... Ja. Wollte ich gerade sagen. Okay, zurückkommen wir jetzt offenbar nicht mehr. Du willst da hoch? Die lebt noch. Die lebt noch. Pass auf, Frau. Oh, das ist bestimmt rutschig. Ja, warum hat er keine Handschellen mehr an? Soll ich dir jetzt helfen oder nicht? Murphy. Okay, wir helfen ihr. Okay, wir helfen ihr. Oh, shit. Das war zu spät. Scheiße. Frau. Frau. Okay, sie ist... ... 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 sehen wir beim nächsten Mal. Bis dann, Leute!